Was ist die Möglichkeit, dass man Macht haben kann und sie nicht missbraucht? Wenn Pippi Langstrumpf jemals eine Funktion gehabt hat, außer zu unterhalten, dann war es die, zu zeigen, dass man Macht haben kann und sie nicht missbraucht. Und das ist wohl das Schwerste, was es im Leben gibt. Von Astrid Lindgren Untertitelung des ZDF, 2020